Hey Lars und willkommen zurück im Peepim 172. Ich bin der griechische Käpt'n und der heutige Gruß geht ans Krombacher Dunkelbier, denn dieses Spiel, da muss ich unbedingt immer einen guten Schluck vorher nehmen, um in das Spiel reinzuschauen. Und wir sehen natürlich jetzt hier gleich unseren griechischen Speer, der entsprechend jetzt einmal in dieser Runde die Hauptstadt vom, uh, Barbarendorf auch noch, oh, die Hauptstadt vom, äh, Hawajana, äh, wie heißen die nochmal, äh, ja, wie hießen sie nochmal? Verdammt, Polynesien, genau. Komm, Hawajana, den Polynesier aufdecken. Und da hat er auch eine seiner besonderen Einheiten drin, ein Maui-Krieger und er hat einen großen General, Guderian, okay. Und wenn wir jetzt mal auf die Diplomatie-Übersicht gucken. Ehre 3, das bedeutet, er hat den General und, ja, gehen wir auf die Sozialpolitik, Ehre 3, er hat wahrscheinlich genau die gleichen Sachen ausgewählt wie ich, weshalb er die Einheit, äh, weshalb er, äh, hier auch die Einheit in der Stadt stehen hat. Gut, okay, gut, dann werden wir dann nochmal gucken auf die Kulturübersicht, sollten wir eigentlich auch sehen, eure Kultur, gut, und jetzt Griechenland, nee, nicht Griechenland, schauen wir mal bei Polen. Griechenland und Polynesien haben ziemlich ähnlich, 346 zu 376, der Hunde hat nur 280, der hängt ganz schön hinterher. Und, äh, wo haben wir jetzt den Polen, nee, müssen wir mal was anderes machen, so, und wir haben den Polen, der unheimlich davon zieht mit der Kultur, 420 zu 376, ja, okay, der, der hat halt unheimlich viele Barbaren scheinbar geschnetzelt. Gut, also, aber egal, wir ziehen hier mit dem weiter, einmal so, aber mal schauen, dass wir hier so ein bisschen rüberkommen. Also, da haben wir auch ein Barbarendorf wieder entdeckt, gut. Gut, okay, was ist ansonsten hier passiert? Es ist, wenn man hier mal schaut, wir sehen hier eine erste polnische Einheit von Sikju, die offensichtlich den weiten Weg von hier hinten bis hier über den Fluss eingetreten ist. Und ich muss dazu sagen, die gefällt mir nicht. Gut, schauen wir mal, wo noch, ob da noch was anderes ist. Einmal so, und, okay, dieser ganze Bereich ist frei. Das heißt, da ist jetzt nichts im Schlepptau, zumindest nichts, was ich direkt sehe, aber vielleicht versteckt sich ja noch was hier hinten, oder so. Also, ich vermute ja ganz stark, dass die zusammenarbeiten und nachdem ich dann auch dem Polen, hier, Sikju, ein paar saftige Worte geschrieben habe, nach dem Motto, der Krieger soll zurück. Und, oder ansonsten werde ich ihn nämlich, ja, vernichten, entfernen lassen. Da reagierte er ziemlich pampig und teilweise beleidigend, also ich weiß nicht, ob das nur Rollenspiel von ihm war, oder ob er wirklich ziemlich sauer irgendwie ist. Oder ob er wirklich meint, in einer Form mit mir zu sprechen, was nicht mehr feierlich ist. Naja, also wir ziehen dann jetzt erst nochmal diesen hier nochmal hier rüber, um diese Felder hier aufzudecken, und sehen, da ist auch nichts, okay. Ja, schade, dieses Feld kann ich nicht einsehen. Oder sehe ich es ein? Sehe ich das ein? Ne, sehe ich nicht ein. Das sehe ich nicht. Schade. Aber der steht schon mal so, dass wenn er da irgendwie weiterkommen will, so oder irgendwie vielleicht so oder was, dass ich ihn dann entsprechend angreifen kann. Ziehen wir jetzt natürlich auch gleich mal hier den Bogenschützen entsprechend vor. So. So, weil wenn ich den Bogenschützen vorziehe, zusammen mit dem General, kann ich hier nämlich auch die Einheiten da gut unterbringen. So, was machen wir hier ansonsten? Den Bautrupp zurück nach Athen. Der soll dann hier mal diese ganze Weinpalette befestigen. Und wir gehen erstmal hier auf diesen Barbaren noch los. Einmal so. Okay, da hat der natürlich ziemlich viel Schaden gekriegt. Und einmal hier den Barbaren noch drauf. Jawohl, damit hat der ziemlich viel Schaden bekommen. Okay. Ja, der ist schon ganz schön angeschlagen, muss man echt sagen. Also, das ist schon übel. Gut. Was machen wir denn noch? Genau. Ich habe, glaube ich, gesehen hier auch bei Québec, dass wir jetzt Tribut fordern können hier wieder. Das ging gerade eben nämlich noch nicht, weil diese Einheit hier hier unten stand und der heißt jetzt hier rüber und dementsprechend konnte ich Tribut fordern. Schauen wir mal bei Jerusalem. Ja, da sind es, fehlen mir noch 80, also zahlte vor kurzer Zeit Tribut. Wenn dieser Wert weg ist, da diese minus 40, die da stehen, dann könnte es vielleicht mal irgendwann klappen wieder. Aber so klappt es nicht. Naja. Okay, also. So viel dazu. Ähm, ja. Gut, also machen wir nochmal unsere Verteidigungslinien. Also hier hinten, ich habe ja hier mal geguckt hier drüber, was hier hinten so ist. Nachdem ja hier oben dieses Barbarenlager scheinbar weg ist und er natürlich dann hier offensichtlich so ein paar Bautrupps, würde ich mal sagen, befreit hat. Denn wenn man mal sieht, wie viele Punkte der hat, 198. Das klingt mir so wie, ja, also Barbarenlager befreien, gleichzeitig einen Bautrupp befreien. Da hat er dann natürlich enorm viel und vor allen Dingen die Quest ist weg. Ähm, hat er natürlich enorm viele Punkte gesammelt. Und, äh, ja. Hat sich halt, hat halt sich entgehen lassen, den Bautrupp nach Sniperhausen zu holen. Wobei, da hat er ja einen. Ähm, ja. Gut, was machen wir? Wir ziehen unsere Einheiten erstmal zurück und wir werden jetzt eine strategische Blockade hier aufbauen. In der Hoffnung, dass er da reingeht, um da entsprechend gezielt zurückschlagen zu können. Ähm, wir nehmen diesen, diesen Hoppliden auch noch hier. Also, weil hier oben alles, also ich meine, das ist ja alles ganz klar. Er, er kommt hier an der Sparta, kommt er nicht vorbei. Äh, angreifen tut er da auch nicht. Äh, ich hab ihn hier als letztes Mal gesehen. So schnell, dass er wieder hier drüben ist. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber ich bin mir nicht so sicher. Also, ob er jetzt irgendwie was trennen will, glaube ich eher nicht. Er hat ja festgestellt, dass so, dass irgendwie so zwei oder so von diesen Bogenschützen da, berittenen Bogenschützen nicht ausreichend sind. Und, äh, dass er sicherlich eine Masse braucht und ich ja dann kontern kann. Und dass ich relativ gut kontern kann. Und deswegen wird er sich wahrscheinlich versuchen, Positionen zu suchen, wo er wirklich mit vielen Einheiten gleichzeitig angreifen kann. Und das gilt es halt zu verhindern, dass er möglichst viele Angriffspositionen immer einnehmen kann. Weil dann kann er nämlich nicht angreifen. Oder aber, wenn er angreift, dann verliert er auf jeden Fall Einheiten in der Gegenwehr. Und wenn wir mal schauen, hier bilden wir einen Abwehrriegel. Eins, zwei, drei. Nämlich mit diesen drei Einheiten. Die vierte kommt von hier unten noch. Die ziehen wir dann noch hoch. Und dann haben wir hier einen Abwehrriegel. Und wenn man mal zählt, wo er angreifen kann. Er kann, wenn er diese Einheit angreifen will, kann er das mit eins, zwei, drei Einheiten machen nur. Wenn er diese angreifen will, kann er das auch nur mit eins, zwei, äh, drei machen. Wenn er diese Einheit hier angreifen will, dann kann er das mit eins, zwei, drei nur machen. Naja, eigentlich könnte er, wenn er von dort kommt, da oben noch einen hinstellt, können das auch mit vieren machen. Ähm, ja gut. Das wäre sicherlich auch machbar. Ähm, gut. Dann müsste er aber hier direkt neben die gleich ziehen. Und, äh, das wird er garantiert nicht machen. Deswegen lassen wir die hier oben stehen. Damit er weiß, wenn er, damit er hier Schiss hat und da nicht hinziehen tut. Gut. Ansonsten, ähm, ja, Sparta. Sparta ist gewachsen, hat jetzt plus zwei Hämmer. Ich werde aber auf zwei Nahrung wieder gehen, damit in acht Runden Sparta nochmal wächst. Denn, jetzt haben wir acht. Und das heißt, wir haben jetzt, ähm, bei, wo haben wir Militärübersicht? Das heißt, acht Bevölkerung durch zwei geteilt, vier Einheiten pro, von der Bevölkerung. Zwei Einheiten von Städten. Das heißt, wenn der noch einmal wächst und wenn der noch einmal wächst, kriege ich nochmal eine Einheit dazu. Und wir haben, wie gesagt, hier, äh, haben wir Militärübersicht. Jetzt mit dem Wachstum haben wir jetzt 13 zur Versorgung. Und wenn wir dann mit dem und dem sind, haben wir 14 Versorgung. Und, äh, dann muss ich zwischendurch wahrscheinlich mal hier diesen, wenn ich die Ziele erreicht habe, 14 oder was erreicht habe und auf dem Weg zum 15 bin, muss ich hier diesen Speer wahrscheinlich da oben irgendwann mal auflösen. Denn nach dem Hopliden kommt, kommende Runde, die Begleitcaps. Ah ja, da fällt mir noch was ein, ja, die Begleitcaps. Und, äh, nach den ersten ein oder zwei Begleitcaps werde ich nochmal einen Siedler raushauen müssen, weil ich will ja dann doch diese dritte Stadt hier unten bauen. Also, frühe Raschs gibt es jetzt doch nicht mehr. Die habe ich mir jetzt abgeschminkt. Dazu hat er einfach die ganze Zeit zu viel gerüstet hier und diese Stadt hier so hingebricht. Also werde ich ihn jetzt entsprechend zivilisationsmäßig ausbaldobern müssen, indem ich, äh, ja quasi dann noch eine dritte Stadt mache, damit dann automatisch wieder noch mehr Einheiten kriegen kann und damit dann aus einer Truppe von vielen Nahkämpfern und auch noch vielen Reiterchen dann quasi, äh, und natürlich aus zwei Kompositbogenschützen, die ja auch noch kommen werden. Weil, nach dem kommt Steinmetz, Kunst und Bauwesen, dann eine entsprechend starke Armee habe, die gut gerüstet ist aus Fernkämpfern, Niedemenge Nahkämpfern und einer entsprechenden Reiterei. Ja, das ist der schöne Masterplan. Jetzt gucken wir gerade nochmal, ähm, auf das, was hier passiert ist. QAladin, 120 Punkte. Bei dem muss ein Wachstum, glaube ich, gewesen sein. Und einmal auf die Demografie gucken und wir stellen fest, wir sind überall quasi Erster und ich könnte mir wahrscheinlich aussuchen hier, ob ich bei der Produktion Erster sein will, indem ich dort die Nahrung auf Produktion umstelle. Ähm, oder ob ich bei dem, bei der Nahrung Erster sein will. Und ich habe mir gesagt, ich bin bei der Nahrung Erster und in zwei Runden habe ich hier den Wachstum. Und dann wird dieses Feld dazukommen und dann bin ich auch bei der Produktion wieder Erster. Und dann wollen wir mal abwarten, was so passiert. Jo, und das Western und, äh, ja, dann sage ich mal, ach so, ne, noch nicht, sage ich mal. Weil, jetzt kommt erst noch die Sache, ich will ja auch noch hier mal meine Pferde verstecken und zwar vor der Reiterei, damit er vielleicht denkt, die wurden geplündert oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall kann es ihn stutzig machen, wenn plötzlich alle meine Pferde weg sind und ich die Reiterei noch nicht habe. Vielleicht denkt er ja dann, die Reiterei kommt noch nicht sofort. Mal gucken. Vielleicht hat er ja dann Interesse daran, doch ein bisschen früher anzugreifen, sodass er in den Konter laufen kann. Also, das war's. Und wir sehen uns in Runde 44. Hellas! Hellas! Yeah.